Guido Sträter, du bist Präsident des TSW, der Talgemeinschaft des ganzen Landes Wallensee und am Samstag am 8. April übergeändert einen Anerkennungspreis. Es gibt aber verschiedene Preise, oder? Jawohl, die Altgemeinschaft ist 1954 gegründet worden, zehn Jahre später, also 1964, hat der Melser Ignaz Müller den Antrag gestellt, die Altgemeinschaft soll einen Kulturpreis verleihen. Dem ist stattgegeben worden und CTR gibt es den. Der ist bis jetzt 28 Mal verliehen worden, denn im Jahr 2000 hat man einen Förderpreis gegründet, der Name sagt ja für was das ist. Das ist neunmal vergeben worden bis jetzt und 2001 ist der Anerkennungspreis noch dazu gekommen, den hat man jetzt 14 Mal vergeben. Und der erste Preis, der 28 Mal vergeben wurde, ist der Kulturpreis? Jawohl. Das ist der, den ihr auch im Hagerbach für das Festspiel vergeben habt, oder? Nein, das war auch ein Anerkennungspreis. Das war auch ein Anerkennungspreis. Ja. Der Bius Rupp, das war ein anderer? Das war ein Kulturpreis. 28 Mal. Aber diese Region hat brutal viel her. Ja. Also wir vergeben natürlich nicht alle Preise. Wir wollen das nicht inflationär behandeln, sondern wirklich ausgewählt vergeben, obwohl es sehr viele Leute auf der Warteliste hat. Die Warteliste erstellt die Kulturkommission von der Altgemeinschaft. Die stellt dann den Antrag an den Gesamtvorstand der Altgemeinschaft und dort wird beschlossen, wenn welcher Preis vergeben wird. Eben auf den Antrag unserer Kulturkommission unter der Leitung von Peter Stutz. Aber eben, es ist wirklich in diesem Fall eine ganz kulturell reichhaltige Region, wenn man so viele Preise vergeben kann. Ja, also man versucht natürlich bei den Preisverleihungen auch zu schauen, dass es nicht immer nur, Entschuldigung, nicht nur Richtung Musik geht oder in andere hochkarätigen Bereiche, sondern auch mal ein bisschen anders. Man hat auch andere Leute geirrt, die weitesten sind, die im Kulturbereich tätig sind, aktiv oder fördern wollen oder als Mäzen auftreten. Und die, die dann den Anerkennungspreis bekommen, sind eher die, die einen Mäzenenstatus haben. Wie reagiert man so im Publikum auf die Preise? Also wenn ich jetzt auf die momentane Preisverleihung zurück schaue, dann fühlen sich die höchst geirrt. Die sind fast ausgeflippt, dass sie nach so kurzer Zeit den Anerkennungspreis bekommen. Letztes Jahr, im 2016, sind sie mit dem Wagentheater durchs Saganzenland gedingelt. Vom Wallenswee bis ins Indische Staminental. Und diese Sache möchte man anerkennen, obwohl es gibt einen Vorläufer, Hans Bernhard Hobi aus Saganzen, ist schon mal vor Jahrzehnten mit dem Wagentheater unterwegs gewesen. Die junge Crew hat das wieder aufleben lassen. Und Hans Bernhard Hobi ist damals für sein Engagement nicht nur als Wagentheaterinitiator, sondern auch als Mundartschriftsteller mit dem Kulturpreis ausgezeichnet worden. Bei Hans Bernhard Hobi habe ich selber noch Theater gespielt und habe Aufnahmen gemacht für Radio DRS oder mit seiner Mundartgeschichte, dass man nicht genug laufen kann, dass man nicht genug laufen kann, die er in das Tal eingebracht hat. In diesem Mal ist es Stefan Wilhaber mit keinem Stück, oder? Und das bringt er euch nochmal an diesem Abend? Jawohl, das ist ja eigentlich das Vergnügen, das wir haben, dass wir das Theaterstück nochmal eins zu eins erleben können, inklusive der Festwirtschaft, die sie herum gebaut haben. Und ich denke, es gibt einen gedignen Anlass in dieser Mehrzweckhalle in Wallenstadt. Und was mich natürlich auch noch freut und sicher auch die ausgezeichneten Freude wird, dass der St. Galler Regierungspräsident Martin Klöthi an dieser Preisverleihung teilnehmen wird. Das ist etwas ganz Spezielles, oder? Die arbeiten nicht mehr dort bis zum Wallensee runter? Nein, darum habe ich das auch so betont. Weisst du, ich sage nur, darum war es natürlich dort einmal, wo die Musical stattgefunden haben. Und sonst sieht man Frauen natürlich Heidi Hansel mal dort unten, oder? Ja, das ist natürlich logisch. Sie wohnt ja in Wallenstadt und fühlt sich als Wallenstädterin oder als Saganzerländerin, obwohl sie aus einer anderen Region zu uns zugezogen ist. Ich selber bin ja auch ein Zuzogner und fühle mich dort in dieser Region, unser ganzer Land Wallensee, sehr, sehr wohl. Was bedeutet das für dich? Also, wenn du als Präsident einen so einen Preis übergeben kannst, oder kannst du vorschlagen oder in der Zeitung dann noch schreiben darüber? Ja, schreiben können die anderen. Den schreibst du nicht? Ich darf einfach noch den Scheck übergeben. Den schreibst du nicht selber? Nein, sicher nicht. Ja. Den Scheck übergeben. Und ja, es ist für mich auch eine Ehre. Die Vorarbeit oder die Hauptarbeit leistet natürlich die Kulturkommission. Und ich darf dann einfach noch quasi, weil ich Präsident bin, vorne her stehen und den Scheck wirklich übergeben. Ja. Weil wir zeigen solche Sachen ja nicht gerade unbedingt so. Aber da müssen wir jetzt schon klar sagen, wenn wir das ein bisschen anschauen, sagen, dass die Bank Lindt, das ist jetzt wirklich eine Bank, die eigentlich immer wieder für Kultur, für Anlässe in das ganze Land einsteht. Das sicher auch. Aber im Moment haben wir es grössere, wir sind bei allen Banken präsent in das ganze Land. Aber das grössere Konto ist und das Vereinskonto läuft über diese Bank. Und darum haben wir jetzt den Scheck halt von dort. Jetzt der Frau Anerkennungspreis, also eben für das Wagentheater, für Stefan Wilhaber und seine Crew. Einen Teil sehen wir dann noch bei einem Interview, das Markus Roth gemacht hat. Und wir müssen es gleich mal noch interessieren. Gehen wir vielleicht einmal ganz kurz ein. Weisst du noch so paar Kulturpreise zum Beispiel, die wir vergeben haben? Also wenn du fragst nach dem Kulturpreis, ich habe gesagt 28, die Liste ist relativ lang. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt alle hier oben runterlese. Einen habe ich bereits erwähnt. Aber vielleicht sogar ein bisschen die Vielfalt zeigen. Der Karl Bickel Senior als Markenstecher und Markenentwörfer. Der Erbauer von Paxmal in Wallenstadt-Berg. Oder ein Alois Senti, berühmter Mundart-Schriftsteller und Sagesammler, der von Flums kommt, aber ihn natürlich in Bern gelebt hat. Dann Marianne Stob-Winschnig, eine Schriftstellerin aus Flums. Paul Etter, Bergführer und Filmemacher aus Wallenstadt. Paul Gubser als Lokalhistoriker von Wallenstadt. Toni Nick, der Erforscher vom Drachenloch im Fetis. Oh, da gibt es geschnetterte Knie. Mit dem Teiss-Adeck, der nicht oben war. Ja. Das ist ja gegangen, aber runter konnten wir fast nur um die Bremse. Dann Hans-Rudi Witzig, Musiker und Komponist aus Sargans. Emil Zopfi, Schriftsteller aus Obstalden, weil die Altmeinschaft geht ja auch auf Gladus Nord. Und Wesen Ander. Sieg Juud als Musiker und Instrumentenbauer in Mels. Aha, das ist der Vater, der das Altstädter ist in diesem Fall. Jawohl, der Sohn. Jawohl, genau. Dann die Frauenarbeitsgemeinschaft in Sarganserland, haben wir einmal ausgezeichnet. Der historische Verein in Sarganserland zu seinem 75-Jahr-Jubiläum. Oder einer ganz bekannten Schriftsteller Max Polliger aus Wesen. Der Rolf und Dester Hohmeister. Und zusammen mit Padra Garz natürlich. Wo übrigens jetzt am gleichen Datum geben, welches ihr den Anerkennungspreis verleiht, eben wieder Padra Garz Neuauflage einweiht. Also am 11. Startschuss, ihr seht das auch in der Einwälte. Ja, ist gut. Oder Pius Rupf als Fotograf und Original von Flumser-Kleiberg. Oder der letzte war Max Fiegerwinter, der Erwachsenenbildner, Autor und Initiant von den Sarganser-Predigten in Sargans. Also sehr, sehr reichhaltig. Und so ein bisschen alle Sparten. Also Emi Zopf finde ich auch ganz interessant. Beschäftigt sich ja auch mit Computern und allem Möglichen. Neuzeitliche Technologien und so. Also dass die Preise etwas bringt, kann man am Beispiel von Stefan Gort im Fettis beleuchten. Weil durch die Verleihung von dem Kulturpreis ist er eigentlich bekannt worden und hat den Namen nicht bekommen. Ja. Eben, das habe ich bei Männern auch gedacht. Und wenn man so die Namen gehört, dann fällt die Menge aus den ganzen Ländern. Oh, das ist ja auch einer für uns. Der war schon hier zu Hause. Man kennt ihn vielleicht. Und so. Und ein Haufen strahlen die ja auch nach aussen aus. Also wenn ich denke, so ein Senti oder auch ein Hans B. Hobby. Also ich kann mich erinnern. Hast du das aber nicht erwähnt, Kulturpreis? Hat er den auch mal bekommen? Ja, das habe ich in der Führung der Episode schon erzählt. Der hat natürlich dann auch nach Bern und in weiteren Teilen der Schweiz mit seinem Theater natürlich immer wieder grosse Verbindungen gemacht. Und unterschätzt man manchmal, was er gemacht hat. Also er hat nicht nur seine Theatergruppe und Kantegruppen gehabt, sondern das Wagentheater. Sondern er hat natürlich auch mit Berner Theater und anderen zusammengearbeitet. Ja, sein Netzwerk in dieser Richtung war sehr gross. Oder beim Alois Senti und beim HB Hobby. Die hatten natürlich auch Connections zu Radio DRS oder früher in der Radio Bäromünster. Und so wurde das ganze Land Wallensee und Mundarten aus dieser Region auch über unsere Grenzen hinaus bekannt. Jetzt haben wir 28 Kulturpreise erwähnt. Wir haben sieben Anerkennungspreise bis jetzt. Das ist ja das, glaube ich, oder? Neun. Neun Anerkennungspreise. Und was war dann bei sieben? Sieben hast du etwas? Äh, der Förderpreis. Der Förderpreis. Was ist denn der Förderpreis? Da wollten wir vor allem junge Leute oder diejenigen, die irgendwo in einem Bereich anfangen, aber ein gewisses Niveau haben, fördern. Und das Paradebispiel war für mich, dass wir einen Dario Ganal auszeichnet haben mit dem Förderpreis. Das war ein Fünftklässler. Und da hat man die Spur schon gesehen. Der ist an der Orgel gehockt in der Evangelischen Kirche in Wallenstadt. Die Leute sind unten gewesen. Die haben ihn also oben gar nicht gesehen, wenn er nicht aufgestanden ist. Und der hat natürlich die Preisverleihung mit einem Orgelstock eingelieitet. Und ja, nachher ist es grosse Staunen gekommen, dass man das an so einem Bub auszeichnet. Und wenn man dann seine Entwicklung anschaut, wie er sich jetzt entfaltet hat, dann ist das sensationell. Heute ist der Organist und er tritt an Konzerte auf in Kirchen. Also da hat es sich wirklich gelohnt, diese Investition. Obwohl das nicht ein riesiger Betrag war, aber er konnte doch ein paar Stunden nehmen mit dem Geld, das er damals bekommen hat. Sensationell ist natürlich auch, was du geleistet hast. Auf das kommen wir ja zu einem späteren Zeitpunkt im Mai, wenn es dann mal Rückenkarte fährt, und du dann das Präsidium abgibst noch zurück. Aber so ein 15 Jahre Präsident TSW, das ist ja auch etwas, was einen beschäftigt und einem auch erfreut. Aber natürlich eben auch, wo man sehr engagiert muss dahinter sein. Also ich denke schon, es gibt keinen Tag ohne TSW in meinem Leben. Also seit 15 Jahren sowieso als Präsident und schon vorher in anderen Funktionen. Und wahrscheinlich auch in Zukunft eben vielleicht etwas geräusamer oder auch etwas spezialisierter auf gewisse Themen. Vielen Dank. Wir vereinen Welten können leider am Abend nicht dabei sein bei dieser Verleihung. Aber wir bringen jetzt ein Interview von Markus Roth mit Stefan Wildhaber. Und dort geht es um das Wagentheater. Damals haben sie 12 gespielt. Das war der Sommer. Der dieses Jahr findet wohl kein Wagentheater statt. Aber das nächste Jahr können wir sicher wieder darauf bauen. Im nächsten Jahr oder im 19. Jahr. Also irgendwo gibt es sicher eine Fortsetzung. Aber ich kann dieses Jahr noch nicht genau sagen. Und etwas kann ich ja sagen, dann gibt es ein Stück. Und nicht wieder kein Stück bei diesem Jahr. Aber es war auch spannend. Ja genau. Also dann fällt das Interview von Markus Roth mit Stefan Wildhaber. Der heutige Talk bei Rheinwelten geht um das Wagentheater Sorganserland. Das Wagentheater Sorganserland ist heute der Gast in Melz. Alles ist schon aufgebaut und bereit. Stefan Wildhaber, Regisseur, Autor und Initiant. Wie ist es dann gekommen, dass das Wagentheater Sorganserland wiederbelebt wurde? Es war natürlich eine Institution. Schon früher. Und der Wunsch bei verschiedenen, die mitgespielt haben, war gross. Das wieder einmal zu machen. Sie haben es auch probiert. Es kam aber nicht zu Stand. Und jetzt, 2016, kommt es wieder. Läuft es wieder. Wie ging es dir dann hin? Hast du einfach gesagt, jetzt schreibe ich ein Stück. Und dann gehen wir auf die Tournee. Hast du genug Leute gehabt? Oder musst du dich noch suchen? Nein, das ist schon ein bisschen anders gelaufen. Also, ich habe mit einem von den ehemaligen geredet. Bei einem Bier. Und dann haben wir gefunden, dass wir alle anderen, die mal mitgespielt haben, wieder anfragen, ob sie Lust hätten. Und dann hat man sich einmal getroffen. Und dann habe ich überlegt, was für ein Stück wir spielen könnten. Es sind verschiedene Vorschläge gekommen. Aber irgendwie nichts, was verhebt hat, wo man zufrieden war. Und dann war das auch ein Moment. Also, bringen wir das überhaupt zu Stand? Und aus dem heraus ist dann eigentlich die Grundidee von dem Stück, das wir jetzt spielen, entstanden, wo kein Stück heisst. Also, es spielt genau mit dem, was ich erlebt habe, eigentlich mit den Leuten zusammen. Und so ist es auch sehr auf die Leute zugeschnitten, die mitspielen wollen. Wie bist du denn vorgegangen? Bist du dann ins dunkle Kämmerli, hast leicht gemacht und angefangen zu schreiben, ganz allein. Wie ist der Prozess abgelaufen dir? Also, es war eine Grundidee, die ich hatte. Und ich habe das dann präsentiert und herausgefunden, das könnte etwas geben. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich will, dass wir den Prozess, den Schreibprozess begleiten. Also, ich habe dann ein Stück geschrieben einmal. Und dann haben wir das angeschaut miteinander, darüber diskutiert, das Feedback eingeholt, die Meinungen, die gekommen sind, da sind auch Ideen gekommen. Und ich habe dann geschaut, wie kann ich jetzt hier weiterknöpfen. Und das haben wir etwa 2-3 Mal gemacht. Es war mir auch wichtig, dass es dann ein Stück ist, welches von allen geträgt werden kann. Das Stück habt ihr dann entwickelt, hast geschrieben, habt geübt. Es heisst ja Wagentheater. Und ihr geht von Dorf zu Dorf. Das habt ihr natürlich von früher übernommen. Was ist denn da speziell daran, an dem Wagentheater im Gegensatz zu einem Fixen? Also, ich denke, es ist natürlich schon, die Idee aus dem Mittelalter, mit den Wander- und Gaukler-Theatern, die zu Grund liegt. Und, ähm, es ist kein Volkstheater in diesem Sinn. Das wollen wir auch nicht, weil das wird ja in der Region sehr stark pflegen. Und das ist wunderbar. Und auf der anderen Seite haben wir andere Theater, wie das alte Kino Melz. Und dort wollen wir uns auch dagegen irgendwie abheben, in eine andere Richtung gehen. Und das herumziehen, das ist von dem her wirklich speziell. Wie läuft denn jetzt so einen Abend ab? Was passiert da alles? Ja, man trifft sich zuerst, und dann fängt man an, den Wagen abladen, die ganze Sache aufzubauen. Da gehört ganz vieles dazu, neben dem Wagen, die Requisiten, das Licht, die Technik, dann auch die ganze Festwirtschaft, wo man aufgebaut wäre, die Küche, die beginnt zu arbeiten. Und, äh, ja, und langsam schminkt man sich dann auch, und sollte dann bereit sein. Wie viele Leute sind denn da involviert, dass das funktioniert am Schluss? Ja, insgesamt sind wir etwa rund 20 Leute, etwa 15, die auf der Bühne spielen, plus eben noch eine Technik und Köche. Bis jetzt hat es schon einige Aufführungen gegeben, ihr habt das also schon in verschiedenen Orten gezeigt. Wie war die Resonanz vom Publikum? Also, die Resonanz ist grundsätzlich gut gewesen. Und, äh, wir haben viel Feedback bekommen, wie viele gesagt, es ist sehr unterhaltsam, sehr amüsant. Die Leute finden auch, man muss aufpassen, man kann nicht einfach zurücklehnen und sich da, äh, wie bei anderen vielleicht amüsieren, sondern man muss aufpassen, man muss dranbleiben, weil ganz viele Gags in dem Sinne sind versteckt, ähm, sind nicht so offensichtlich. Es hat auch offensichtlich darunter, und das ist noch lustig. Ähm, an einem Ort wird dann über etwas gelacht, wo am anderen Ort vielleicht weniger gelacht wird, oder es ist ja nicht immer nur nur das Lachen, wo eine Reaktion ist, es gibt ja auch andere Reaktionen. Ja, aber, ja, aber, wir sind sehr zufrieden von den Publikumsreaktionen her, ja. Etwas, was ihr nicht beinflussen könnt, ist natürlich das Wetter. Also, das heisst, das Wagentheater wird einmal angesagt und wenn es dann eine Gewitter gibt, oder so, dann müsst ihr absagen. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, bis jetzt haben wir natürlich ein riesen Glück gehabt, wir haben jede Führung machen können und im Moment sieht es aus, wie es auch weiterhin, zumindest diese Woche, sicher gut ist. Ähm, aber eben, das Wetter nicht mehr gemacht, müssen wir absagen. Wir haben, in gewissenen Orten, Alternativen, wo wir, äh, unter Dach können, aber, äh, eigentlich nur dort, wo wir gerade auch mit dem Wagen, reinfahren können. Es ist eine Diskussion, ob man auch spielen soll, wenn der Wagen vielleicht nicht gebraucht werden kann. Das heisst, man spielt in irgendeinem auf der Bühne vielleicht, aber da sind wir sehr geteilt, es gibt halt so Wagentheater- auch die Buristen, die sagen, geht gar nicht. Wagentheater, muss auf dem Wagen sein, ja. Jetzt, 2016 hat das Wagentheater angefangen, macht noch einige Vorstellungen, wie sieht die Zukunft aus? Gibt es wieder einmal ein Wagentheater in unserem ganzen Land? Ich hoffe schon, also, aber es würde so sein, wenn die Tournee fertig ist, dann geht man auseinander. Es ist ja nicht eine fixe Theatertruppe, sondern die läuft sich dann an und für sich wieder auf. Der Unterschied zu früher ist, wir haben heute einen Verein, wir haben es auf Vereinsebene gebracht, das Ganze, und der Vorstand, der wird bestanden bleiben und ganz sicher auch, vielleicht, ich sage jetzt einmal, in frühestens zwei, drei Jahren, wieder aktiv werden und wieder eine Tournee in Angriff nehmen oder zumindest planen. Das denke ich an. Dann bestehen die Chancen, dass es jetzt wirklich auch in Zukunft weiter besteht, gerade auch von der Resonanz der Besucher? Ja. Man wird mit einer gewissen Regelmässigkeit wieder das Wagentheater spielen können. Etwas, was ihr auch machen, ist, dass ihr im Dorf natürlich ankündigen könnt. Da gehen wir jetzt dann auch noch mit und zeigen das. Wie sind ihr darauf gekommen? Das hat man in einem früheren Wagentheater auch schon einmal gemacht. Also, wir sind es einfach wieder aufgegriffen, aber es ist nicht jedes Mal gemacht worden. Aber, es ist noch lustig, wenn wir so durchs Dorf gehen und die Leute damit auch einladen, also haben wir sehr viele glatte und, ja, glatte Begegnungen. Und viele Leute sagen, das ist lässig, da fühlt man sich dann wirklich auch eingeladen zu kommen. Ja. Dann lassen wir dich springen, dass du das auch machen kannst. Wir zeigen hier eine Sequenz und natürlich auch noch etwas vom Theater. Vielen Dank, Stefan Wildhauer. Danke auch. Merci. Liebe Leute, lasst euch sagen, heute kommt der Theaterwagen. Hierher nach Mels kommt unsere Truppe und es gibt auch warme Suppe. Auf dem Dorfplatz geht die Sause über die Bühne ohne Pause. Punkt 8 steigt das Spektakel für Damen, Herren und den Dackal. Also, hochfrätes Publikum, wer nicht kommt, ist selber dumm. Mehr genau zum Wagentheater. Mehr genau zum Wagentheater. Und ihr gönnt? Ja. Liebe Leute, lasst euch sagen, heute kommt der Theaterwagen. hierher nach Mels reist unsere Truppe und es gibt auch warme Suppe. Auf dem Dorfplatz geht die Sause über die Bühne ohne Pause. Punkt 8 steigt das Spektakel für Damen, Herren und den Dackal. in den Dackal. Also, hochfrätes Publikum, wer nicht kommt, ist selber dumm. Auf dem Dorfplatz geht die Sause über die Bühne ohne Pause. Und von Weitem hört man rauschen des Königs Eierschleifmaschine sausen. dann nehme ich ihm das linke Ei. Gnade, Gnade, vergiss mit Schokolade. Das ist Theater, aber kein Wagentheater. Ja, ist gut. Ja. Da ist Eischleifmaschine. Die Säge-Päinheiten Was für'n schönen Abend! Ja, du! Geht's jetzt immer häufiger. Meinst du? Ja, wegen dem Klimawandel. Das sollte man doch etwas unternehmen. Gegen den Klimawandel? Nein, wegen dem schönen Abend. Aber was? Keine Ahnung. Es läuft ja nichts im Dorf. Wie immer. Nichts. Ja, sag nichts. Was läuft denn da? Es geht, glaube ich, um ein Theater. Ja, das gibt's immer. Und überall. Ja, ist das ja. Ja, sag nichts. Nein, eben ein richtiges Theater. Ja, dann erzähl mal. Ja, eins auf Rädern. Ja, so ein Räder-Theater also? Nein, eins mit einer Bühne draufverdenken. Ein erfahrenes Theater? Ja, fast. Ja, du meinst ein Wagen-Theater? Ja, präzise. Und das gibt's jetzt weiter? Ja, man sagt's. Letztes Mal ist aber schon ein Bühne her. Das sind sicher schon gut 15 Jahre her. Ja, du. Wie hat die Zeit von Gott? Ja, sag nichts. Aber sagen Sie mal. Woher weisst du das mit dem Wagen-Theater? Ist denn etwas in der Zeitung gestanden? Nein. Ich wurde gefragt, ob ich mitspielen möchte. Ja, und ich, was hast du es heute? Vielleicht? Aber ich weiss nicht so recht. Also, ich werde dann sofort wieder dabei. Ja, also interessiert mich das dann schon auch. Ja, aber meinst du, es gibt etwas Rechts? Ja, ich meinte schon. Ja, er war aber immer sehr lustig. Ja, sag nichts. Aber hey, wisst ihr noch? Dort, wo der andere hätte sagen sollen, es ist nichts Aparthics. Und gesagt hätte, es ist nichts Aparthics. Man sollte halt nicht so kuriosen Wörter brauchen. Ja, sag nichts. Und einmal ist doch ... Einmal ist doch einer der Jungen, gerade von der Aushebung, gekommen an die Aufführung. Ich hatte es keinen Aufführung. Ich habe ihm noch gesagt, ich mache dich kalt, wenn jetzt du Aufführung versuchst. Da ist er gleich wieder ein Stock nüchtern gewesen. Ja, sag nichts. Sporkopf, ist sowieso immer etwa einer. Ja, und Fronk hättest dann einen anderen Trollen müssen spielen. Das geht aus dem Stehen greift einfach so. Ja, sag nichts. Aber weisst du noch, der andere, der den Text nicht konnte und ihn darum in ein Buch hinein geleitet hat, um ablesen. Ja, und dann einmal hat er das Buch nicht dabei gehabt und ist es während der Aufführung ins Auto holen. Aber der Zehntel ist prompt nicht mehr hinein gewesen. Ja, und da hat er nur noch ... ... gestottert. Ja, sag nichts. Kannst gleich nichts anderes sagen als Ja, sag nichts. Ja, schon. Aber die Regisseurin hat gesagt, sag nichts. Ich würde wissen, warum. Aha! Aber dann haben wir ja offensichtlich schon jemand für die Regie. Das wäre mal ein Anfang. Aber wo ist denn die Regisseurin? Ja, da bin ich. Ich wäre schon lange bereit. Ja, auf was warten wir denn noch? Macht man doch Wagentheater. Genau! Auf los geht's los! Ja, also das muss ich mir zuerst noch überlegen. Also, ich bin dann auf jeden Fall, oder? Ich auch! Aber, muss ich mich da nicht zuerst einen Verein noch gründen? Warum braucht es das? Ah, du willst doch jedes Jahr ein Verein setzen. Vielleicht gleich du. Egal, es soll doch einfach jeder mitmachen können. Also, los! Verteilen wir die Aufgaben. Ich will Technik machen. Die Bühne ist weniger für mich. Ich mache den Transport. Und ich? Ich gehe in die Küche. Verblinden, dann bläst nicht die Fingern! Ja, schon geht. Und ich möchte mal einen Gangster spielen. Den Al Capone. Schaut mal, so. Du läufst dich oben wieder trächtiger Giraffe. Also, an deinen Gang solltest du dann schon noch ein bisschen arbeiten. Aber ich, ich wäre auch gerne einmal eine Hexe. Da müsstest du dich weder winken. Versteilen? Du! 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 Du kannst mir doch mal schlafen, du! Und ich sehe mich auf der Bühne als Prinzessin oder so. Ich lege doch so gerne einen Röck und schöne Kleider an. Was meinst du eigentlich nur du, als Prinzessin zu spielen? Ich sehe wenigstens aus wie eine, nicht wie du. Seid gerade die, die nie kein Mal bekommen hat. Da wäre ich mir also nicht so sicher. Was meinst du damit? Dein Mann? Das war nicht so zimperlich. Was? Stopp! Aufhören! Kiffle könnt ihr nicht woanders. Ja, also, genau. Also, ich. Ich habe ja sehr viel Fühnenerfahrung. Ich habe ja ganz verschiedene Charakterrollen gespielt. Einen grossen Start gespielt. Das wäre jetzt genau das Richtige für mich. Dann machen wir den Michael Jackson. Das war doch kein Schauspieler. Aber der ist auch sehr oft auf der Bühne gespielt. Das kannst du doch nicht vergleichen. Also, mein Traum wäre mal der Winnetou zu sein mit meinem Federschmuck und so. Und ich sechte mich gerade als Old Shatterhand. Und ich? Ich, die Schwester von Winnetou. Hey, hören! Wir spielen doch hier nicht ein Indianerleser. Schließlich sind wir im Wagentheater Kultur auf Rädern. Vergiss das nicht! Schade! Warum muss Kultur immer so ernst sein? Ähm, von wegen ernst? Spielst du wieder der Rhein Knusti? Sicher nicht! Jetzt wollte ich einmal der junge Liebhaber sein. Vergiss es! Für das ist es jetzt wirklich zu spät! Warum? Es ist doch erst Viertel ab 8 Uhr. Ja, sag mich! Und ich will jetzt sagen, Ruhe! Können wir endlich anfangen? Wir sollten jemanden loslassen. Machen wir bereit! Gut. Vielen Dank! Also hoch verehrtes Publikum, wer nicht kommt, ist selber dumm.